Herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal, Patricia Denda, Divine Design Manifestation. Ich bin die Gründerin von Divine Design World und ich lade dich ganz, ganz herzlich ein, dein Mindset dahingehend auszudehnen, dass wir ein absolut machtvolles, grenzenloses Wesen sind, dass alles manifestiert, was es denkt. Ja genau, du hast richtig gehört, du manifestierst alles, was du denkst und du bist alles, was du denkst. Du bist deine Gedanken und ganz, ganz oft weiß ich, dass in spirituellen Kreisen gesagt wird, du bist nicht deine Gedanken. Aber die Wahrheit ist, du bist deine Gedanken und du kannst nichts und niemand anders sein. Und wenn du jemand anders sein möchtest, darfst du, musst du deine Gedanken verändern. Und dass du nicht deine Gedanken bist, bedeutet eigentlich nur, dass du nicht dieses Ego-Denken bist, dass du nicht dieses eingeschränkte Wesen bist, dass du nicht dieses Wesen bist, im Mangel, fehlerhaft, falsch und nicht gut genug. Diese Gedanken bist du nicht. Aber du bist immer deine Gedanken. Du hast die Macht und die Kraft, deine Gedanken frei zu wählen und dir dein Divine Design Leben zu manifestieren aus deiner Divine Design Identity. Identity ist Reality. Deine Identität kreiert. Das, was du bist, siehst du im Außen. Du bist das, was du denkst. Und wenn du dich nicht wohlfühlst oder wenn du beschränkt bist, wenn du Ängste hast, dann liegt es daran, dass du in diesem Mindset denkst. Mindset ist Bewusstsein. Bewusstsein ist Denken. Bewusstsein ist Kraft. Denken ist Macht. Und dir jetzt dein Denken zu erlauben, dass sowas von out of any box ist, außerhalb von allen Konventionen, das darfst du jetzt entscheiden. Und es ist crazy. Dein Verstand, dein Ego-Mind, dein Ego-Mindset, der sich gerne mit allem Bekannten und grundsätzlich Gemachten, Gesagten und Angewendeten auseinandersetzt, identifizieren und vergleichen will, der wird es sagen, du bist crazy. Du bist verrückt. Und ich sage dir, Craziness, das ist das neue Normal. Weil warum solltest du normal sein, in normalen Grenzen denken, wie die normalen Menschen und ein normales Leben führen, wenn du ausgestattet bist mit einem Equipment, mit einem Mindset, mit einem Bewusstsein, dass du es so, so, so groß machen kannst, dass deine Träume drin Platz haben. Und wenn deine Träume drin Platz haben und du sie da drin sein lässt, gut sein lässt, richtig sein lässt, dann werden sie sich manifestieren. Denn das ist Gesetz. Das ist Manifestation. Deine Gedanken werden feste Materie, sodass du sie mit deinen fünf Sinnen anfassen kannst. Aber zuerst brauchst du den sechsten Sinn, den Sinn, der keinen Sinn macht, den unsinnigen Sinn, den crazy Sinn. Und den musst du kultivieren, den musst du identifizieren und dich damit identifizieren. Und dann bist du in deiner Power. Dann kann dich nichts aufhalten. Dann bist du grenzenlos. Und du musst nichts tun. Alles fällt dir in den Schoß. Das ist Gesetz. Das ist Prinzip. So funktioniert Energie. So funktionierst du. So funktionieren wir alle als energetische Wesen. Deswegen sind wir alle gleich. Deswegen ist alles für uns gedacht. Es gibt keine höhere Macht außerhalb von uns. Und so schaut es aus. Und wenn du das weißt, dann weißt du es für immer. Und wenn du mir glaubst, weil du spürst, dass ich recht habe, dann ist es jetzt für dich an der Zeit, diesen Weg zu gehen und diesen Mindset-Shift zu machen, diesen Quanten-Shift, diesen schnellen, krassen, sofortigen Identitäts-Shift dir zu erlauben. Ja, bist du ready? Willst du das wirklich mal probieren, wie das sich anfühlt, wenn ich jetzt sage, ich gehe los für mich? Dann komm in einen meiner letzten Intensivprogramme. Es ist geliebt, verehrt und außergewöhnlich. Da sprechen wir über Liebe, Beziehung und SP. Wir starten am 1. Juli um 20 Uhr. Du kannst dich jetzt noch anmelden. Es sind 999 Euro. Wenn du in meiner Community bist, wir sind Divine Design, dann hast du automatisch 30% Rabatt. Bist für 699 Euro dabei und hast noch drei Monate Mitgliedschaft in der Community und kannst sicherstellen, dass du den Weg weiter gehst. Wenn SP nicht dein Thema ist, dann haben wir das Programm Erhaben erfüllt und mächtig für dich. Genau zum gleichen Pricing, nur starten wir eine Woche später. 9. Juli, die Calls sind immer dienstags 20 Uhr. Dafür kannst du dich auch jetzt noch anmelden. Komm unbedingt in eines dieser Programme. Das zweite Programm ist eben für die, die sagen, SP ist nicht mein Thema. Ich habe Geld oder Gesundheit oder irgendwelche anderen crazy außergewöhnlichen Wünsche, die ich haben möchte und zwar schnell. Dann ist das für dich. Es ist ein Booster. Es ist ein Booster. Und wenn du nachher alleine bist und willst, nicht weiterzugehen mit mir in einem meiner Räume, dann ist es an dir, da geboostet zu bleiben. Und das ist die allergrößte Herausforderung, sich da nicht ablenken zu lassen vom Außen, von der alten Realität, von der alten Denke. In diesem Sinne, schön, dass du da warst. Bitte gebe meinem Video ein Like, kommentiere und vor allem teile, denn wir haben bald 4000 Abonnenten. Und bei 4000 Abonnenten verlose ich wieder 1 zu 1 Gespräche. Die sind unbezahlbar und sie werden gratis für dich sein. Und das sollte doch ganz, ganz schnell stattfinden. Also teile, dass wir hier gleich starten können mit diesen grandiosen Gesprächen. Ja, schön, dass du da bist. Die Weindesign-Welt wartet auf dich. Die Weindesign-Welt möchte, dass du bleibst und dir den Himmel auf Erden kreierst. Bis ganz bald. Bye.